Hallo, ich bin Monika Bombelka und bin Pflegedienstleitung im Seniorenheim Weiße Taube. Mein Name ist Peter Feest und ich bin Heimleitung im Seniorenwohnsitz Nord. Und wir, die städtischen Seniorenheime, bilden Altenpflege und Altenpflegerin aus. Wenn du Spaß an der Arbeit mit Menschen hast, pünktlich, zuverlässig und ein Teamplayer bist, dann bist du bei uns genau richtig. Wir bieten den Auszubildenden ein zahlreiches Angebot an Fortbildungen, aber auch Weiterbildungen. Ich selber habe vor 16 Jahren bei den städtischen Seniorenheimen angefangen als Auszubildende und bin jetzt Pflegedienstleitung. Durch viele Weiterbildungen, die mir einfach ermöglicht wurden, bin ich jetzt da, wo ich schon immer hin wollte. Das schaffst auch du. So, wenn wir euer Interesse geweckt und euch neugierig gemacht haben, dann bewerbt euch doch für ein Praktikum und findet heraus, ob der Beruf das Richtige für euch ist.